Ja, liebe Zuschauer, vielleicht haben auch Sie jetzt Ihren Urlaub gebucht oder sind schon voller Vorfreude auf dem Weg quasi schon fast in den Urlaub. Haben Sie auch an die Sicherheit gedacht? In vielen Ländern ist es wirklich so, dass da die Diebe auf die Touristen, auf die Urlauber aus sind. Und da sollte man sich ein bisschen schützen und vorbereiten. Und da haben wir ein ganz tolles Produkt für Sie und zwar unseren schicken Brustbeutel. Ja, und das wird von allen möglichen Sicherheitsbehörden empfohlen. Tragen Sie Ihr Geld, Ihre Wertsachen, gerade wenn große Menschenmengen da sind am Körper. Hier jetzt über der Kleidung kann man aber auch gern unters Hemd tragen und dann ist alles, was ich an Wertsachen habe, dabei. Egal, ob Sie in der Großstadt in der U-Bahn fahren, beim Einstieg, das hat man schon so oft gesehen im Fernsehen oder auch in irgendwelchen Großstädten bei den Sehenswürdigkeiten, bei Konzerten, bei Open-Air-Festivals, überall, wo ein bisschen Gedränge ist. Machen Sie Ihre Wertsachen rein. Wir haben insgesamt vier Fächer mit Reißverschluss oder auch mit Klettverschluss zu schließen. Und das mache ich hier rein. Auch Smartphone passt locker rein. Ausweispapiere, gerade im Ausland, ganz, ganz wichtig. Und die jetzt nicht, wie wir Herren es immer machen, in die Gesäßtasche, weil, glauben Sie mir, die Diebe sind so gut. Sie merken nicht das Geringste. Erst beim nächsten Mal, wenn Sie irgendwas bezahlen wollen, merken Sie, hoppla, meine Geldbörse fehlt. Die wurde mir geklaut. Und das ist dann böses Erwachen. Gerade im Urlaub, wenn man auch gerade Ausweispapiere dabei hat, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Geld im Geldbeutel. Und hier sehen wir es unter die Kleidung. Und damit ist es zu 100 Prozent geschützt, weil hier kommt keiner dran unter Ihre Kleidung in Brusthöhe. Also gerade auch Flugtickets vielleicht, wenn Sie eben weggeflogen sind, dann natürlich die Ausweise. Geld, ganz, ganz wichtig. Kugelschreiber können wir auch noch reinmachen. Smartphone passt auch mit rein. Und so habe ich alle Wertsachen, alles, was ganz, ganz wichtig ist, habe ich eben hier hundertprozentig geschützt. Und nicht nur für den Urlaub, sondern auch für Großveranstaltungen. Wenn Sie, Sie wissen, je mehr Menschen da sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch ein paar böse Jungs oder Mädels drunter haben. Also sprich, die Taschengiebe. Und die werden immer besser. Und deshalb schützen Sie Ihr Eigentum, bevor Sie dann ein unliebsames Erwachen haben, weil Ihnen der Geldbeutel eben abhandelt. Ja, hier ist viel Platz und für 4,66 Euro ein ganz, ganz tolles Produkt. Sie können das auch mit dem Beinchen, mit der Kordel sehr schön auf Ihre Höhe dann dementsprechend einstellen. NX75, hier 17569, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Wir wollen ja nicht, dass Ihnen da irgendwas passiert, dass es dann im Urlaub irgendwie ein böses Erwachen gibt und dann Ihre Wertsachen weg sind. Deshalb einmal so einen Brustbeutel für 4,66 Euro gekauft und dann sind Sie da sicher.